Salut! Das ist ein Übungsvideo zu den Themen Possessivbegleiter und Possessivpronomen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie die Possessivpronomen und Begleiter funktionieren, dann schaut euch zuerst die beiden Lehrvideos an. Um mitzuarbeiten, braucht ihr ein Blatt Papier und einen Stift. Wenn ihr die Übung macht, dann drückt auf Stop. Fangen wir mit den Possessivbegleitern an. Ihr erinnert euch, dass Possessivbegleiter euch sagen, wem etwas gehört. Im Gegensatz zu den Possessivpronomen stehen sie aber nie alleine. Zuerst üben wir zusammen, wie ihr die Possessivbegleiter benutzt. Dabei helfen euch die Eltern von Nicola und Sarah. Auf der Seite ganz unten seht ihr die Possessivbegleiter, mit denen ihr den Text vervollständigen könnt. Drückt jetzt auf Stop und vervollständigt den Text. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.